Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play... Super... äh nicht Superman Wurf... ähm von... Let's Play Mind for Two Guests mit mir, Glut und... ähm... Niko hab schon fast deinen Namen vergessen Ah... hallo Ah... Er wurde von Zombie zerfleischt Ja, Pigs haben mich... Die Amtswärter Ja, du auch! Nee, man, ich werde jetzt kaputt Ich muss nur... Ach, hier muss nur gutem Werk, man schön Ich komme! Na, wirklich! Das Getreide wächst schon noch Das ist gut... Ich will Spaß, ich will Spaß, na 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 Wir geben Gas, geben Gas, du du A la Wister Babys Mais ich hab noch ein paar zu gute Sachen mit z.B. 44 Z.B. Kohle Fakl 3 Kohle Dammfleisch kann nicht mitnehmen, Brot möchte ich hier lassen und genau das ist der Menschheit heilu 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 die ein das war jetzt mal was scheiße, wir sind auch den Geist vorbei lalala 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 die Wurzeln die Wurzeln die Wurzeln nicht kämpfen oder die wird als wir kämpfen ich war die die Wurzeln sie ist das zu wissen die so ist es so sind die die Wurzeln macht auch langsam machen das weiß ich habe schon gemerkt er sollte mal abbauen aber schon fünf Stück wow fünf ja ich bin so mir das geht deswegen ich bin Alter und macht ihm keine Mühe ich werde dich abgeschossen oder? ne du wirst abgeschossen Hi ich hab was denn geil ist ich hab die Schweine ich hab keine Rüstung gar nichts ich geh jetzt wieder nach oben, ganz oben, oben kann ich ein bisschen Glowstone gibt Oh! Hi! Schreinepriester Schreinepriester Was denn? Aha mir geht es ja nichts toll hab ich hab ich ja ich hab noch Schweine oh ja toll ich hab Schweine ich hab Schweinefleisch von den ganzen Schweinepriester bekommen ich hab 21 davon ich hab nur 12 ich hab mein 10 Stück Brot weggelassen was denn jetzt der Ausgang nochmal scheiß Ausgang muss ich mir jetzt noch schnell einen machen muss ich mir jetzt noch schnell einen machen so ist er sei im Dänis ist ich ein ich das ist das ist Blinden auf sie sind ganz in der Nähe die die für man was das sind die Mäzen und so auch tun muss mich beeilen ich hätte dann sagt wieder zu finden wenn man die Sachen selbst wieder finden wie du es immer tust aber du beschäftigt war es ich weiß nicht dass ich immer noch ein da ist es ist immer ein ganzer fahrungspunkte schönes ich steig nicht da unten schon wieder hast du ein Schwert ich wollte mir gerade eins machen warte ich mach dir eins mit dem wir haben es ist nicht mehr in die Mütze nur ist zwei Sticks als wäre jetzt gibt es den Schweinebrief an den Kragen meinen ganzen Eisen Sachen behalten das geht gar nicht Abmuster schlicht gut und anhand von der Sankt das ist was so lange aus Verlust ist das nur man muss dann auch sein die 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 ich tue jetzt ja alles ich meine Sachen gebraucht die 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 auf dem Euro aus dem Euro die wie immer noch ein bisschen viel die die das heißt ja was ist in der Nutzung und die gestorben das reicht mir jetzt meine Erfahrung wieder ich habe dann ein paar das werden angesammelt und die Kinder ich weiß sie ist sie sind zumal das anhand sie sind für meine Sachen wieder haben die 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 und die Stingskörner die Wurte n und ab nach Hause ich habe noch nicht ich habe 6 30 Nassel und mein Fleisch auch eingestellt ist 12 Warte bleibt den die man sich ja ein reizierter städt sie den ersten nicht um zu hat sich noch mehr dabei ich habe noch ein bisschen zu tun hat noch auf den schaffert sich noch ich hoffe die jahres aus der geringe nicht aber nur für ihn zu stellen Prozent der Oster und Fakten und auch nicht gut ist und das gut nämlich man mit die Eisenspitze und die Steinspitze kann ich mitnehmen in der Zeit dass ich hier für was als ein Feuerzeug haben es ist Prozent 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 aber es ist nachkommen nachschuldig und da will nur noch ein bisschen wenn ich schlafe die Welt sonst die Lager zu gut direkt das ist so kuschelig warm bleiben das ist ein Mülleimer Niemals alles hat nichts in den Müll schmeißen Niemals die Wurzeln Niemals ich gehe mit einem Eimer Wasser in die Hülle Lebewohl ja, auch toll sie die er ist sofort ich weiß noch toll nachdem nicht ich kann keine Lava nehmen kann keine Lava in die Kiste kommt Nahrung die Kuh in die Kiste kommt Nahrung ich stehe doch drauf aber da ist die Eimer waren jetzt da noch drinnen wegen dem Wasser hier falls ich das hier noch aufbauen möchte weiter wenn sie hier noch um änderlich zu reden man kann ja auch gar nicht bleibt da liegen wenn wir lassen nachdem wir lassen sich nicht müssen wir gehen jetzt nach oben wieder würde ich sagen noch ein bisschen Holz und vielleicht noch Prozent zu Koffer finden ich brauche etwas damit wir etwas wegwerfen wie wegwerfen ja wegwerfen Mülleranlage nein einfach eine weitere Kiste man nimmt einfach rein tun besser finde ich man kann nie wissen für was man diesen Scheißen man braucht ja ich weiß aus dem Haus und alle lichtungen nur in denen ist in der wo ich gehe ja jetzt kommt so ganz viel ja alle können hier wie das Gras zumindest kaputt vor das ist nicht mehr nicht mehr nicht mehr nicht mehr das ist das ist das ist das ist der Hauptmann nur Kanzler ist in den Themen vor Prozent Hausabflaster können aber ich hab sie los doch los